Hey Leute, was geht bei euch ab? Ich habe ein kleines Thema vorbereitet, über das ich geschwind sprechen möchte, mit euch. Wir haben im Stream schon darüber gesprochen und ich habe da angekündigt, dass es ein Video geben wird. Es geht um Antisemitismus, Rassismus und dass das mehr verfolgt werden soll im Internet. Diesbezüglich habe ich eine generelle Sache und eine spezielle Sache. Und zwar erstens, generell, wir dulden sowas bei uns in der Community nicht. Wenn ihr sowas seht, reporten, entfreunden, blockieren, weg mit dem Dreck. Ganz klar, ne? Im Speziellen geht es mir um Steam, denn hier sind wir ja größtenteils unterwegs. Steam ist eine Plattform der Gamer und gerade bei Gamern sollte man ja eigentlich meinen, dass die in diesem Bereich eher etwas offener denken, weil sie ja mit Gott und der Welt spielen, mit allen. Also da verschwimmen Ländergrenzen viel einfacher, man ist halt einfach gemeinsam eine große Gemeinschaft. Und trotzdem gibt es Pisser, die sich da rumtreiben und ihren Schabernack, nicht nur Schabernack, es ist ja wirklich was Drastisches, ihren Rassismus verbreiten. Und sowas darf nicht sein. Auf Steam selbst komme ich ja viel rum, also über eure Steam-Profile. Denn die ganzen Giveaways, die wir machen, die werden ja von mir auch persönlich ausgeliefert. Das heißt, ich sehe die Steam-Profile, an die ich eben die Skins raushaue. Und des Öfteren werde ich auch gebeten um irgendwelche Profil-Signs. Das ist dann hier unten in diesen Kommentaren der Fall. Und wenn ich dann so Skins raushaue, beziehungsweise eben Profile-Signe, hopse ich auch manchmal von einem Profil aufs andere, weil ich denke, oh, wie süß ist denn das, guck mal, was er da schreibt. Und dann gucke ich so, ah, was wird bei ihm geschrieben, ha, ha, ha und so weiter. Und über diesen Weg, nett ist der Mensch, guck mal, ist das nicht süß? So, das hier, genau das ist die Gamerschaft. Boom. Naja, und dann hopse ich halt so von Profil zu Profil. Und dann sehe ich auf einmal, ich gehe wieder zu meinem zurück, um die Neutralität zu wahren, hier oben in der Profil-Beschreibung, hier, von jemandem, auf einmal ein Hakenkreuz drin. Oder ein Dolch mit Hakenkreuzen drauf. Und nebendran oder darunter steht ganz eindeutig, wofür dieser Dolch gedacht sein soll. Welchen Menschen, welchen speziellen Menschen man dann damit Schaden zufügen soll, wenn sie auf das Profil kommen. Wenn ich sowas sehe, dass jemand sowas bei sich drinstehen hat, dann reporte ich direkt, entfreunde ihn natürlich, direkt, falls es ein Freund war, und blockiere dann. Dieses Dialogfeld ist hier, das kann ich aber nur auf anderen Profilen machen. Ich gehe einfach nochmal kurz zu Sanse. Sanse, nicht traurig sein, ich drücke es nicht wirklich. Wenn ihr hier auf More geht, dann könnt ihr hier das Profil reporten. Und schon könnt ihr da auswählen, weshalb und so weiter und so fort. Und dann macht ihr die rassistischen Schweinewurzel halt down. Wenn jetzt nicht hier oben im Profil selbst so ein antisemitischer, rassistischer, homophober Scheiß steht, sondern hier unten in den Kommentaren, dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr den reportet, der es schreibt. Also gehen wir mal davon aus, hier schreibt jetzt jemand, hi, 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 und das wäre was sehr Rassistisches, ja. Und ich sende das jetzt ab. Und ich sehe, oh, Killer13 hat bei mir vier Hakenkreuze hingehasselt, ja. Dann klicke ich auf sein Profil, reporten, entfreunden, falls er Freund war, blockieren, ja. Und danach frage ich natürlich bei meinem Kollegen, bei dem es geschrieben wurde, beim Killer13, frage ich, hey, ist dir schon aufgefallen, dass er dir irgendein Dummkopf so eine Scheiße auf dein Profil geschrieben hat? Und wenn er sagt, wow, shit, das habe ich gar nicht, also sowas kann einem durchgehen, das habe ich gar nicht gesehen, werde ich direkt löschen, alles cool, ja. Ich kann jeden Kack jederzeit löschen, zack. Und ja, wenn der Kollege, der Accountbesitzer, auf dessen Account es dann hingepostet wurde, sowas schreibt wie, ja, mache ich direkt weg, scheiße, was für ein Idiot. Und alles cool. Aber wenn er dann sowas sagt wie, nö, das ist genau meine Gesinnung, dann wisst ihr, wen ihr als nächstes reporten könnt. Also wie gesagt, sowas wollen wir hier wirklich nicht haben. Es gibt auch Gruppen mit einschlägigen Gruppennamen. Wenn jemand in solchen Gruppen ist, ist es natürlich auch eine Schweinerei, ne. Da kann man dann auch dementsprechend dagegen vorgehen. Da sollte man aber auch, wie bei allem, den Kopf benutzen und nicht vorschnell reinkacken. Denn jederzeit kann ein Gruppenanführer, ich bin in 15 Gruppen, drei werden mir selbst angezeigt. Erst, wenn ich hier drauf klicke, kommen die anderen zwölf. Und der Gruppenmensch von, was weiß ich, Bibernator oder halt, die meisten sind eh meine eigenen Gruppen, aber bei Hippie zum Beispiel, oder irgendjemand, könnte seine Gruppe auch umbenennen, ohne dass ich das merke. Und auf einmal bin ich in irgendeiner Nazi-Gruppe und weiß es erst nicht, bis es mir halt jemand sagt oder bis ich es sehe. Also von daher, ja, da kann man dann auch anfragen und sagen, ist dir aufgefallen, dass du in irgendeiner komplett rassistischen Gruppe drin bist. Und dann, ja, merkt man ja auch, wie derjenige reagiert. Also ich weiß, dass wir, die Dummbabler, alle, die ich eben von euch kenne, extrem dagegen sind. Keiner von uns hat jemals irgendwie was Positives in die Richtung gesagt. Wenn überhaupt, dann nur negativ. Und das finde ich auch sehr gut. Und da wir eben, wie eingangs erwähnt, hier viel auf Steam unterwegs sind und man ja auch sieht, wie verbunden wir sind. Also hier sind ja wirklich einige, die immer wieder hier reinhasseln und so weiter. Gerade das Wege müssen wir einfach aufpassen und solche Leute entfernen, okay? Ich weiß, dass ich auch in ein paar alten Videos solche Sachen auch thematisiert habe und auch eben angesprochen habe, meine Meinung diesbezüglich ausgespeichert habe und so weiter. Aber ich dachte mir, es ist gerade jetzt in den heutigen Zeiten mal wieder sinnvoll, sowas einfach klarzustellen. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass bei uns auch welche dabei sind, ja? Wir haben jetzt in unserer Gruppe 1577 und natürlich war ich nicht auf jedem Profil von diesen Leuten. Aber sobald ich sowas sehe, weg, ja, dann wäre es das soweit erstmal von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob heute noch ein weiteres Video kommt in die Gaming-Richtung, weil ich hier ein neues Render-Programm habe. Beziehungsweise eine große, geupdatete Version von Magix und die halt noch einstellen muss. Das ist ein bisschen grepelig. Die ist zwar scheinbar viel cooler und, ach Gott, hast du nicht gesehen. Aber man muss erstmal alles einstellen, dass eben am Schluss auch das rauskommt, wie es die ganze Zeit rauskam. Vielleicht nehme ich euch einfach noch in Overwatch auf, mal gucken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens morgen wieder im nächsten Video und im Livestream um 18 Uhr. Oder halt dann später nochmal. Ciao, ciao!